Wir von Migros sind an den neun wichtigsten Festivals als Hauptsponsor oder Presenting-Sponsor vertreten. Wir stehen hier gerade vor dem legendären Migros-Verkaufsbus, der früher jeweils von Ort zu Ort gefahren ist. Jetzt bieten wir alles an, was man am Festival braucht. Komm, wir gehen gleich zusammen schauen. Bei Schönwetter haben wir Bikini von M.Bücher, das Hütchen von Banil Glacé. Wir haben aber auch die lässigen Flipflops von M.Bücher. Wir haben natürlich auch zu essen, Apfel, dann haben wir Sandwich, Oliven, Schokolade, Bratwürste, Servila, Nass-Tüchli, WC-Papier, Kondome, Teos. Einfach so ziemlich alles, was man braucht, um an einem Festival zu überleben. Zahnwürste, Zahnbastat, Brot, Servila läuft wirklich am besten. Da haben wir die ganze Zeit fast ausgegeben. Wir sind M.Bücher! Die Leute haben mich auch ab und zu gefragt, ob wir hier Pizza, Pasta oder Salat haben. Das haben wir leider nicht hier, aber bei Migros Takeaway. Hier an diesem Stand arbeiten alle Leute, die von Migros Ostschweiz angestellt sind. Alle Produkte werden frisch vor Ort zubereitet. Das Konzert hat gerade angefangen. Die beste Sicht, die hat man von der M.Lounge. Ich habe euch hoffentlich nicht zu viel versprochen mit diesen Aussagen auf der Bühne. Wir weisen aber auch noch anders in der M.Lounge, nämlich ganz feine Drinks, selbstverständlich alkoholfrei. Das müssen wir aber in unteren Stücken haben. Wir sind hauptsächlich Migros Lernende, die hier arbeiten. Da wurde ausgeschrieben und haben uns dafür melden können. Bei uns verkaufen wir keinen Alkohol, dafür verkaufen wir mehr Fruchtdrinks, Smoothies und Patitas. In jedem Ring, den man hier in der M.Lounge kauft, kommt man noch gratis von einem coolen Regenponcho über. Im Moment brauchen wir es gerade nicht, aber man erweitert es ja nie. Wenn ihr wissen wollt, was wir sonst noch an den Festivals machen, dann besucht uns unter www.mfestivals.ch Ich wünsche euch noch ganz schöne Festivals. Tschau zusammen!